Herzlich Willkommen! Mein Name ist Matthias Gassin. Ich zeige heute eine 95-Quadratmeter-Wohnung in der Seebacher Gasse Nummer 5, wenige Gehminuten vom LKH, 8 Gehminuten zur Karl-Franzens-Universität. Schauen wir gleich rein. Vorbereich von der 95-Quadratmeter-Wohnung, Küche Richtung Innenhof. Mit Geschirrspüler, Backrohr, Kühlschrank. Wir sind wieder im Vorbereich. Richtung Seebacher Gasse sind zwei Zimmer. Das ist das größte Zimmer. Schauen wir rüber in das zweite Zimmer. Altbau mit guter Raumhöhe. Hier sind wir reingekommen zur Orientierung. Dann WC. Drittes Zimmer Richtung Innenhof. Draußen ist noch die Möglichkeit das Fahrrad abzustellen. Ein kleines Badezimmer. Diese Wohnung ist ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen zum Objekt auf www.mathiasgassin.at. Auf YouTube gibt es weitere Videos und auf der Homepage Informationen zu weiteren Objekten und zu diesen.